Und willkommen zu der Let's Play Poké und Mystery Dungeon, Akunst und Dokulei, Part 61 von der 6N Sphere. Nachdem wir die letzte Mission aus Gründen der Sicherheit und wegen strategischem Vorteil uns zurückziehen mussten, versuchen wir es heute nochmal. Heißt, ich hatte vergessen, Belieborsam einzupacken und bin aus dem Dungeon geflohen. Kann ja mal passieren! Ob ich was zu verscherbeln? Verkaufen! Habt ihr Belieborsam im Angebot? Ich hoffe es mal, mit dem behalte ich mal lieber! Bräunig, 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 bräunig. Und das ist mein Kram, glaube ich. Äh, ja. Gut, ich muss meinen Haufen Belieborsam einpacken. Sehr viele, sehr viele. Und ihr habt keine, ach wie schön. Yay. Saftladen immer noch. Bleibt dabei. Hallo, ich hätte gerne Belieborsam. Alle, wenn's geht. Mal 10, jetzt will ich nicht. Ähm, nimm, 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 nimm. Ah, okay. Nein, verdammt. Ach, was tue ich da? Hilfe. Oh Gott, ich bin wieder. Okay, ich glaube, ein paar sollte ich da lassen. Okay, das reicht. Äh, ja. Okay, das sollte erstmal reichen. Ich guck mal, ob die nachher noch mehr Belieborsam haben. Das wäre echt nice. Okay, sie hatten keine Belieborsam mehr. Dafür konnte ich meine Sielbären immer wieder wischen und auffüllen. Oh, ich glaube, ich auch viel davon brauchen werde. He, he, he. Also, Team, auf mein Neues. Yay. Oh. Wir werden nicht sterben. Wir werden nicht sterben, bleibt mir. Ihr habt genug Belieborsam. Ihr habt genug Belieborsam. Ihr habt genug Belieborsam. Alles in Ordnung, nicht wahr, Schiko? Ja, finde ich auch. Okay, ähm. Wie kriegst du, Kevin? Ähm, 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 Pünfer. Ähm, mein? Wo ist Steves? Steves? Äh. Hm. Das war Kevins? Wo ist Steves Item? Ich hab's eingepackt, das weiß ich noch. Wie hätte ich einen packen sollen? Wo ist es hin? Ah, da! Oh, fuck, das wollte ich gar nicht. Ah, damn it! Ah! Leid mehr fällt! Geht schon, das fängt jetzt voll an. Leid schon mal an, ähm, ne Hamna. Na, seht ihr? Leid mehr fällt. Leid mehr fällt die ganze Zeit. Oh, yay! Wasser-Pokémon. Oh, verdammt. Go, Kevin! Solange es nicht hagelt, ist alles gut. Solange es nicht hagelt, ist alles gut. Nur kein Hagel. Hagel. Oh, yay, im Kreis! Woo! Nein, Kevin. Kevin! Nicht auf und auf. Schon wieder? Meine Güte. Komm! Kannst du doch, Pimper. Nee, du. Go, Pimper! Woo! Uh, meins. Kevin! Nein! Kevin! Bleibst du wohl hier! Du weißt, dass es keine Kamm vor uns gibt, oder? Oh, hi! Hier ist ein Geschenk. Bei mir ist es Feuer. Ah, daneben! Haha! Ich stehe direkt vor dir. Kannst du da nicht besser zielen? Nein! Äh, nein. Äh, nein. Nichts nein. Äh. Okay, die genug Fotogeld haben. Ich kann Posten daneben aufmachen. Sie verschicken alles. Oh! Ohohoho! Der Lachlan ist toll. Hat meine Meinung geändert. Er ist klasse! So, macht er Jobs! Oh, ja, Spaß. Spaß! Oh, Mann. Das ist ja wieder doof. Ah, Gott. Hi! Ah, perfekt. Oh, yeah. Das ist auch noch ein Wassertyp. Oh, bitte töte mich nicht. Bitte töte mich nicht. Lass mich leben. Lass mich leben. Bitte! Lass mich leben! Lass mich leben! Haha! Verdammt. Goddammit. Versuch's doch! Versuch's doch! Haha! Wo ist man so ein komisches Feld, wenn man eins braucht? Verdammt. Sonst macht es immer sinniert, wenn man als Bosnian-Star. Yay. Jupp, ich hab schon eins. Zur Sicherheit. Äh, nicht, dass ich... Fuck! Okay, ich werde es brauchen. Ich werde es dem, wie ich die Frauen so ist. Die Fette hat auftreten sollen, aber okay. Das ist das kannst du auch gerne machen. Wenn du willst. Werd sie wirklich machen. Bitte schön. Oh, der Lassbikernein. Hier stehen. Oh, das ist toll. Oh, perfekt. Oh, yay. Oh, super. Hier ist voll Feuer. Oh, Gott. Ah! 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 Gott. Gibt es da noch jemandem? Wo will der Wasser? Wo ist der Seine? Wo ist der Seine? Oh, nein! Ah, was ist das? Alice! Ah! Gott, dammit! Okay. Okay, dann, 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 dann... Den, dann, dann, den, dann, den, denn, denn, den, den, denn... Der, d решилist doch. Wo sind meine Steine? Da sind meine Steine. 你就 escolaiert. Stein! Wenigstens ihr seid noch bei mir Steine. breakd isch! Schwee же du mal hin, Kevin! Gott, dammit! Oh, Plinds Karben! Wofür bezahle ich dich eigentlich? Okay, ich bezahle dich nicht. Ich bezahle dich das, verdammt. Meine Fresse, geh doch, Pimper! Also, Kevin! Ach, so muss das. Okay, wo bin ich? Ich weiß es nicht mehr. Yay. Treppe! Siebelbehre! Lebersamm! Sterilab! Sterilab wäre nice! Der Lebersamm! Verklebt! Hi! Du brennst doch gut, oder? Na, also. Könnte nicht mehr ein Pokémon so wie du sein. Das finde die Nightmare wirklich toll. Oh, yay. Oh, toll. Sagt das so. Wahoo! Will ich jetzt die ganze Liga hochlaufen? Oh, nee, sag es weiter, okay. Jetzt muss keiner draufhören. Ich kann euch. Okay. Oh Gott, hi! Voll frei für dich! Voll frei für alle! Mach die Nightmare doch gerne! Das muss sie aber sein. Geht doch. Letzter Raum. Wow. Es ist kein Hagel. Ganz ruhig Nightmare. Es ist kein Hagel. Kein Hagel. Oh Schnee. Kein Hagel! Wenn es anfängt zu Hageln, schreie ich. Und zwar wirklich. Oh Gott, hi! Hast du ein Geschenk für mich? Das ist ein doofes Geschenk, weißt du das? Blödes Geschenk. Nein, ich hab schon genug. Oh. Wo ist Kevin? Wo ist Kevin? Genau. Wo es wegen ins Carpador geht? Dann mach ich mich für die Nullinsel wieder in der Carpador-Armee. Die Klaus-Armee wird zurückkehren! Nichts kann sie aufhalten! Mwahahahaha! Carpador. Oh Gott, hi! Oh fuck, das wollte ich gar nicht. Damn it! Oh. Ähm. Danke, Blumper. Oh hi! Fähre ich ein Geschenk? Das Geschenk ist doof. Du bist doof. Das ist alles doof. Mäh. Ich werde das nicht anzeigen, das dann heilt. Oh, weil ich denke, ich wollte die Orbs. Ach, verdammt. Damn it! Uh. Hi. Ich muss geschehen auf meiner Schutzlinie. So, Fai-Fai! Und das! Go Steve! Wow! Toll gemacht, Steve. Das ist die beste Spinne, die es gibt. Und das darf ich nicht zu vielen spinnen. Ich sag eigentlich gar nicht zu spinnen, aber... Du weißt, was ich meine, Steve, oder? Oder, Steve? Äh, wie auch immer. Wie sind wir für Flea-Obs? Ich hab schon Angst, das reicht mir. Wir setzen sie alle ein, was wir fliehen müssen. Wenn wir fliehen, dann haben wir so richtig. Mit allem möglichen Flea-Obsen. Oh Gott, hi Leute. Na, wie geht's? Fai-Fai! Dammit. Okay, nochmal, Fai-Fai! Ich kann die ganze Tasse weitermachen, bis wir die Api ausgehen. Dann hab ich noch eine Top-Elexie und gehst du bitte mal tot. Dankeschön! Der geht doch rund. Oh. Oh. Oh, vielen Dank! Oh, wie schwach! Wann gehen wir nicht lang? Yay! Und dann kein Belieber soll verloren, bis auf den einen, der verklebt ist. Ich ess das nicht! Oh! Verdammt! Go, Flimper! Wow! Oh Gott! Wo kommst du denn her? What the fuck? Verdammt! Dammit! Okay, voll, voll! Verdammt! Alter! Äh! Was zur Hölle?! Ah! Äh! Okay! Das geht doch! Meine Jute! Was soll los mit dem Ding? Ah! Amrina-Behre? Taucher? Mh! Nee! Wollt ihr brauchen noch einen bestimmten Dungeon-Thrill oder war das im ersten Teil? Ich weiß es nicht mehr! Ich glaub, die hebe ich auf! Ich kann nicht schaden! Ich will die ja Pimpfer beibringen, aber ich stehe so auf der Tag in die... Oh Gott! Wo kommst du her? Ihhh! Jetzt hab ich mir was ich sagen wollte! Kriegt ihr das Team mal klein? Das wär echt nice! Ah, also geht doch Pimpfer! Nein, Kevin! Kevin, du bleibst hier! Kevin, nein! Kevin, böse! Nein! Nein! Aus! Kevin! Nein! Nein! Jetzt geht Kevin! Kommen! Das müsstest du doch... Genau, ey! Das müsstest du doch am besten wissen! Kevin! Hab ich dich umgestellt? Ja, okay! Folge uns, Kevin! Du wirst dich nicht normal erleben! Nicht schon wieder! Was ist denn los mit dir, Kevin? Immer haust du von uns ab! Magst du uns einfach nicht mehr? Das was du hast es so noch nie gemacht! Kevin! Kann jemand in die Treppe kommen? Mah! Und in der Sackgasse! Okay, Sackgasse ist genauso gut! Ja, Sackgasse sind toll! Nein, mir liebt Sackgassen! Yay! Oh fuck! Hi! Oh, vielen Dank! Oh, meine Kaffee sind voll! Bäh! Wirst du nicht zum besseren Zeitpunkt kommen können? Ich probier's nicht nochmal klein! Die halten so viel aus! Das ist doch unnötig! Und wir alle gleich ins Team rein! Ich könnte mal ne Bottegel an mir zusammenstellen! Aber wenn ich Geschenke ansetze, halte ich die Gegner nur! Ich seh's kaum! Ich seh's kaum! Oh Gott, hi! Verdammt! Fui, Fui, für alle! Kommt und hol's euch! Go Plimper! Sindeschön! Dammit! Plimper, was kannst du eigentlich? Außer süß ausgehen! Okay, das kannst du gut! Meistens! So! Oh Gott, da kommen noch mehr! Go, Kevin! Go, Kevin! 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 Kevin, was tust du da? Was kannst du eigentlich, Kevin? So! So wirst du gemacht, Kevin! Nein, das wollte ich gar nicht! Nein! Ach, dann! So wirst du gemacht, Kevin! Nein, hat alles Spaß! Du wirst ne Luste! So! Stein! Stein, 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 Stein! Attacke, Kevin! Verdammt! Was ist das denn, Kevin? Nein, also geht doch! Level up! Uh, Attacke! Und... Walzer? Hm... Soll ich Sternschauer? Das ist vielleicht irgendwie nicht stark, das ist, aber... Hm... Ah, was soll's! Mal aufprobieren! Mal gucken, ob ich's bereuen werde! Mal gucken, ob ich's bereuen werde! Was ich wahrscheinlich werde! Aber... Naja... Ich bereue die meisten meine Entscheidungen! Aber mal gucken! Ach, das wollte ich gar nicht! Okay! Nein, nein, nein! Nein, nein! Aus! Aus! Nein! 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 Das gibt's doch nicht! Komm her! Mal aufprobieren! Ach, yay! Das ist, äh... Toll! Ich hätte... Ich hätte... Sternschauer... ... behalten sollen! Verdammt! Ja, ich hätte es behalten sollen! Dammit! Das war jetzt doof! Äh... Wo ist mein Apfel? 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 Ah! Nom! Ähm... Ich hätte echt... Sternschaube... Ham... 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 Oh! Oh! Mal hin! NEIN! AAAAAAAA! Oh Gott sei Dank ist die Treppe! Ach! Zumindest kein Hagel! Obwohl es gleich mies ist! Aber naja... Zumindest kein Hagel! Was ist denn da jetzt angefangen mit dem Sand... Hä? Hier ist sogar kein Sand! Ja, ich weiß, das war die Attacke aber trotzdem! Hier ist kein Sand! Ich würde hier gefällst Sand sehen, wenn hier Sandsturm ist! Oh Gott dammit! Go Steve! Go! Oh Gott! Nein, 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 nein! Lass meine Spinnen in Ruhe! Die den Level Up hat! Mit einer Attacke? Oh, yay! Okay! Und die Scheiße ist... Verdammt! Äh, nö! Ja! Sieh mal, ein Level am Stieg! Hast du fein gemacht! Ah, wir Spinnen! Und noch kein Beliebhaus haben verloren! Yay! Lass gut soweit! Ich habe nur eine dämliche Attacke beigebracht, aber das ist... Oh Gott, hey! Navigier jetzt! Und noch ein Level Up! Woo! Tja, mein Level ist gestiegen! Mein Bruder ist wirklich keine neue Attacke, ne? Der Attacke ist denn so scheiße, Kevin? Warte! Du musst dringend neu erlernen! Ich muss immer nach TM's ausschauen, glaube ich! Dass ich eh wieder vergessen werde! Ja, ich werde es vergessen! Definitiv! Okay, was ich gerade zu sagen! Pimpfer, hol nicht ab! Komm, du hast dich abpimpfen! Du hast dich zuerst werden bekommen und dich finden! Egal, wo du dich versteckst! Soll ich nicht so reden! Okay, es kann doch nie mal weit sein, oder? Oder? Oder Kevin? Okay, Kevin kann es nicht wissen, glaube ich! Geld! Hi! Ich hätte jetzt nicht mit... Oh Gott! 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 Okay, ist weg! Ui! Ich fände sich jetzt noch ein bisschen am Arsch! Ich muss auch Schluss machen! Also das war Let's Play Pokémon Mystery Dungeon! Und der kurzen Doku Life Part 61! Ich kann mich nochmal dran erinnern! Wow! Danke fürs Angucken! Miep Miep!